Hallo und Willkommen beim Video, beim Video mit einer weißen Mütze. Social Fanposting Eating, Fanpost Eating, Fanning, ja, also wie auch immer. Ich werde Fanpost Material konsumieren, geschickt vom Sunrisen. Danke Sunrisen, soll hier nochmal natürlich auf jeden Fall erwähnt werden. Und heute habe ich mir dieses Ding hier gegriffen aus seinem seltsamen Fundus, nämlich das hier. Ja, sieht aus wie eine Tube Zahncreme, ist es aber nicht. Es ist nämlich der, äh, wie steht es genau drauf? Ich habe doch schon mal nachgeguckt, verdammt. Also, Snot Squeeze Candy XL, Apple, 120 Gramm. Also 120 Gramm Apfel-Nasen-Rotze, Snot Squeeze zum rausdrücken. Also super, echt cool, also Popel, Popel, jem, 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 quasi. Oben drüber steht auch noch Sweet Flash, okay. Hinten drauf ist, auch interessant, hier sind die Inhaltsstoffe, kommen mir gleich zu. Aber die sind nicht aufgeklebt, die sind hier mit einem Gummiband. Also sie sind auch aufgeklebt. Hier, Tesa, und ein Gummiband außenrum, noch ein kleines. Warum auch immer, weil nicht richtig aufgeklebt. Was steht hier noch so drauf? 5 Plus aus Holland kommt das, hergestellt in China. Hier haben wir eine Folie, also gucken wir mal. Boah, haha. 120 ist schon ganz schön viel eigentlich, gell? Also A und D, Geleeartige Süßware mit Apfelgeschmack. Na, gucken wir mal. Jelly like Candy with Apple Flavor. Mindestens halbbar bis 2026. Oh, ist wohl ein bisschen Chemie drin, ne? Hergestellt in China. Oh, da jetzt hier, sind die Inhaltsstoffe. Mh, lecker. Kalorien sehe ich gerade keine. Finde ich die hier noch irgendwo? Ah, doch, hier. Zutaten. Glucose, Sirup, Zucker, Wasser, Säurungsmittel, E330, Aroma, Konservierungsstoffe, Farbstoff. Ja, ziemlich wenig, aber viel Chemie. Also, pro 100 Gramm, 320 Kalorien. Jo, dann gucken wir doch mal. Da steht hier, Verificata División, Raccolta Differenziata, what? Ich weiß es nicht, Müll halt, ne? Also, so sieht das aus. Da muss man das auflösen. Jetzt könnte ich natürlich mir eine Zahnbürste holen zum draufschmieren. Ich könnte auch schön draufdrücken, aber egal. Machen wir es mal auf. Mh, mh. Das ist doch die Luft. Das quillt echt langsam. Also, oh, das ist auch ganz schön. Oh, das ist eine zähe Masse. Also keine Zahnpasta-mäßige. Ja, da muss ich es jetzt wohl so runterschlaufen. Das war echt glibber. Das verteilt sich hier auf dem Plastik. So habe ich es jetzt nicht geschätzt. Ja, das schmeckt schon nach Apfel. Aber das ist echt total zähe Masse. Also, ich hätte schon gedacht, dass das jetzt alles ein bisschen flüssiger ist. Nix. Das ist wirklich, wow, gnadenlos, also dass man so drücken kann. Nix. Da muss man mit Gewalt wirklich draufdrücken, dass da was rauskommt. Und dann, ah, am besten so halbwegs runterzuzeln, damit es nicht komplett verklebt. Das ist mal echt eine zähe Masse. Also, eigentlich kann man sich da nur ansauen. Wenn man es mit den Fingern macht, dann pappt es wie blöde. Und wenn man es so abschlägt, ist es auch nicht irgendwie super hygienisch, ästhetisch auf dem Plastik rumzuzeln, auch wenn das natürlich abgeklebt war, jetzt. Hoppala. Jetzt hat es plopp gemacht. Da war wohl eine Luftblase irgendwie drin. Aber jetzt ist es wieder zähe Masse. Also es ist wirklich zähe, wie Sau. Sieht man das? Ich weiß nicht, was für eine Flüssigkeit ich das jetzt vergleichen würde. Also Zahnpasta ist nicht so zähe, gewisse Körperausscheidungen sind auch nicht so zähe. Glebrig ist es wie Sau. Ich rede jetzt natürlich von sowas wie Eiter oder Pickeln oder so, nix anders. Es ist eine interessante Geschichte, aber es ist auch irgendwie nicht so toll zu essen, finde ich, weil es ist wirklich so zäh und klebrig, also zum Glück nicht super klebrig, dass es ein Diplom abziehen dürfte. So ist es aber auch nicht. Aber es ist komisch, pappig. Ja. Wirklich, man sieht es nicht so sehr natürlich, aber ich drücke hier wirklich mit zweiten Händen richtig drauf, damit hier ein bisschen was rausglitscht. Na ja, glitschen ist da falsch, hast du? Komm, sich raus, rauswirken lässt. Na gut. Also, ja. Also, danke Sunrise, ein interessantes Erlebnis. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich es toll finde. Also, der Geschmack ist, ja, das schmeckt schon ein bisschen wie Apfel, aber halt ziemlich süß und künstlich und nicht unbedingt fruchtig. Also, na ja, komisch. Also, wer es mal suchen möchte, keine Ahnung, wo man das finden kann, wahrscheinlich in irgendeinem, würde mal tippen, Aldi, Teddy, nee, nicht Teddy, Teddy Action, Thomas Philips, in solchen Klitschen. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls das. Also, danke Sunrise. Es ist aber jetzt wirklich genug. Jetzt muss man jetzt die Finger ein bisschen sauberer machen. Und kann damit sagen, ihr habt es gesehen, ich habe Fernpost konsumiert. Und damit bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.